Musik Herr Bauer, vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und Ukraine-Krieg, wie entwickelt sich das Geschäftsjahr 2024 für die WWK? Ja, bisher sind wir sehr zufrieden. Wir haben bisher ein exzellentes Geschäft mit fast zweistelligen Zuwachsraten. Wir können uns weiter als finanzstarker Dienstleister für unsere Vermittler mit tollen, innovativen, vororientierten Produkten mit und ohne Garantie am Markt präsentieren. Sie haben ja zum Jahresbeginn die Stellschrauben in der betrieblichen Altersvorsorge neu justiert. Und ernten Sie nun, was Sie seinerzeit ausgesehen haben, wie entwickelt sich das BAV-Geschäft? Unser BAV-Geschäft entwickelt sich gleichermaßen exzellent. Wir haben in der Tat eine ganze Menge getan. Wir haben ein exzellentes Produkt mit unserem WWK IntelliProtect-Mechanismus. Und wir haben im Bereich Service eine ganze Menge für den Vertrieb auf die Beine gestellt. In der Vor-Ort-Beratung bis hin in der Beratungsunterstützung beim Endkunden. Unterstützen wir mit einem großen Feld an Kollegen, die hier den Vermittler direkt vor Ort auch begleiten. Im Bereich der Technik haben wir ebenfalls eine ganze Menge getan. Das heißt, mit verschiedenen technischen Möglichkeiten sind wir heute weg vom Papier, schneller beim Kunden und schneller natürlich auch hier für die Firma in der Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse. Und dafür werden wir auch sehr, sehr stark belohnt. Sämtliche Zeitungen, Fachzeitungen haben gerade in der ersten Hälfte des Jahres über uns berichtet, positiv berichtet. Wir haben sämtliche Awards gewonnen und darüber freuen wir uns natürlich. Und das wird jetzt auch mit Geschäft sehr, sehr gut belohnt. Die WWK und ihre Riester-Rente ist Favorit der Makler bei der Makler-Produktumfrage des Cash-Magazins. Welche Bedeutung spielt die Riester-Rente im LV-Gesamtangebot der WWK? Für uns spielt die Riester-Rente und hat die Riester-Rente schon immer sehr, sehr viel bedeutet. In der Presse ist sie leider Gottes oftmals schlecht geredet worden, aber ich glaube, dass die Riester-Rente hier das nicht verdient hat. Denn sie ist ein bedeutender Baustein für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, hier die Altersabsicherung adäquat zu machen. Wenn man die Förderrendite betrachtet, die ja ganz, ganz wichtig ist für den einzelnen Sparer, wenn man auch die Kosten davon abzieht, ist man immer im positiven und sehr, sehr guten Bereich für den Kunden. Und mit unserem Produkt ist man von Anfang an in einer sehr hohen Aktienquote mit am Markt notiert, was natürlich für den Vertrag des Einzelnen sehr, sehr gut ist. Und auch das wird hier für uns sehr, sehr stark belohnt. Wir haben seit 1. Juli als erster Versicherer wieder den neuen Riester am Markt mit dem Versicherungsbeginn 1.1.2025, aber für den Vertrieb natürlich jetzt schon abschließbar. Und das ist sehr, sehr gut für den Vermittler und für den Kunden. Nach der Rechnungszinsänderung, die jetzt vonstatten geht, sind wir da sehr, sehr stolz drauf, hier First Mover auf dem Markt zu sein. Herr Bauer, herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.